Battle Mania Champions League, Rap oder Stirb, wir wollen euch auf jeden Fall weiter unterhalten. Das nächste Battle ist PZAK gegen Iron Basic. PZAK gegen Iron Basic, das ist du verdammte Missgeburt gegen nenn mich Döner du Pommes. Einer der krassesten Rapper von Ram, einer der krassesten Rapper von Feuer über Deutschland. Ich freue mich, dass wir wieder einen Street Rapper im Battle haben, aber Basic ist kein gewöhnlicher Street Rapper. Er bringt auch eine ganze Packung und Portion Humor mit. Wer denkt, PZAK ist zerstört nach seinem letzten Battle, kann sich am 18.12. eines Besseren belehren lassen. Und wer denkt, dass Basic nur ein Oldschool Rapper von früher ist, kann sich am 18.12. ebenfalls eines Besseren belehren lassen. Das Battle ist judged! Hallöchen, PZAK, Fübsi und wie man dich so nennt. Verlierst du andauernd. Die letzten drei, vier Male hast du verloren. Bei Ram, wie im Battle über Basti hast du verloren. Mit King Titel kam nur, da war Tierstar nicht da. Yo Basic, es wird auf jeden Fall ein krasses Battle. Ich hab gehört, du hast dich zwei Jahre vorbereitet. Ich halte nichts von dir, sag ich dir ganz ehrlich. Wer hält irgendwas von dir außer Tierstar vielleicht? Bevor du mit mir quatschst, lern erstmal dich zu artikulieren. Denn die Ansage von Savas, die ging nicht an mich, Dicke. Die ging an Leute wie dich. Ich bin wirklich gespannt, was du bringst. Auf jeden Fall wirst du auch was Neues von mir sehen. Versprochen ist versprochen. Versprecher gibt's nicht mehr. Also komm, wir battlen. Meinst du, du kriegst von mir ganz normal Lines vor den Kopf geklatscht? Digga, an dem Tag wirst du diskriminiert, Alter. Also wenn ihr meint, dass ich jetzt am Boden zerstört bin, Jungs, ist nicht. Basic macht dich gefasst, ich geb die Richtige auf deine Fresse, auf deine hässlichen Fresse. Versprochen.